Wir haben bei Kaleo zahlreiche Ballettkurse für Kinderabteiljahre und auch für Erwachsene. Unsere Ballettlehrerinnen sind professionell ausgebildet und übertragen mit Leidenschaft die Freude am Tanzen. Wie den kleineren Kindern arbeiten sie kreativ und spielerisch und bringen ihnen mit viel Fantasie und Humor bei, sich zu bewegen. Bei den größeren werden die technischen Übungen abwechslungsreich gelehrt und korrigiert. Eine kostenlose Probestunde nach Voranmeldung ist jederzeit möglich. Wir freuen uns auf dich!